War hart, oder? Gerade die zweite Runde. Heute machen wir ein Core-Workout. Das bedeutet, wir versuchen alle Anteile abzudecken, sprich obere Bauchmuskulatur, untere Bauchmuskulatur, also die Anteile davon, seitliche Bauchmuskulatur, schräge Bauchmuskulatur und untere Rückenmuskulatur. Das Ganze wird in zwei Workouts aufgeteilt. Erst A1 bis A6, immer 30 Sekunden, zwischen den Übungen 5 Sekunden Pause, nach einer Runde eine Minute Pause, A1 bis A6 dreimal hintereinander und das gleiche mit B1 bis B6. Зddd cringef Pf 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 Untertitelung des ZDF, 2020